Aus gegebenem Anlass muss ich hier wohl auch mal das Wort an mich reißen Was sind das überhaupt für Zeiten, wo sich irgendwelche Kolleg-Arbeits hinstellen Und mir vorwerfen, dass ich mit so die Texte streichle Meine Tüte Wer ist der Weiße, der auf Hip-Hop macht, doch wirkt wie Ende 30 Mit ner Krebsmütze und Ringen, nur noch denkt er wär nicht peinlich Es ist Astro, hat macht Kopf zu, denn bei dir muss man sich fremdschillen Du bist famedisch, Nickelodeon, dicker, wer guckt heut noch Fernsehen Und den Lippenstift hab ich mir selbst nicht drauf gemacht Tut mir echt leicht, dir das zu sagen, deine Freundin färbt er da Yeah, fiere darüber, dass ich einmal Pippi gesagt hab, harte Texte Und wenn du sagen musst, dass du mich lynchst, hat er krass gesessen? Ihr mögt meine Hook nicht, da bin ich echt empört Dann hab ich die Astro ins Viertel und jetzt euch im Viertel zerstört Ey, dieses sinnetzlose Reimgeflexe hat mich echt enttäuscht Sagst du's hast, mein Gänsehaut kriegt Astro, ist es dieser Deutsch? Du bringst schnell gerappte Reimketten, doch das war umsonst Was soll der X-Button, wir bringen, wenn du nicht auf den Punkt kommst? Ey Astro, du hast keine Punches, Daffel Reimketten vom Vlies Mann Felix zeigt mir gleich, wie's geht, du hast bewiesen, dass du's nicht kannst Astro, warum sagst du uns denn nicht, wie es geht? Denn im Dorf tust du halt keinen Ton Und leider bist du da, weil eh viel zu spät Das RPB ist euch jetzt endlich los Was das? Die Effekse ist ja wirklich dumm Lacht krank, Bier macht nur Grammatik, Vergewaltigung Eure Leistung, da wurden los Halbfinale, wow wow Ich will jetzt die Spitze vom RPB erreichen Halbfinale, klingen wir nicht schon aus deinem Beuteschema raus Sorry Felix, ich find Pädophile ziemlich abtörnend Ihr seid selber cool, mit dem erzähl mir nichts vom Mann flirten Was soll man erwarten von so schwachpanschenden Deppen? Denn dank euch haben wir immer noch kein anstrengendes Battle Deine Lines sind leider alle gar nicht gut durchdacht Astro, Cat und Felix, ja, da bleibt der Hypercock schlaff Astro, warum sagst du uns denn nicht, wie es geht? Denn im Dorf tust du halt keinen Ton Und leider bist du da, weil eh viel zu spät Das RPB ist euch jetzt endlich los Was das? Die Effekse ist ja wirklich dumm Lacht krank, Bier macht nur Grammatik, Vergewaltigung Eure Leistung, da wurden los Halbfinale Oh 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 oh